Herzlich Willkommen zurück zur GPL Show Season 9, Spieltag 7 in der Singles Division und wir springen direkt rein ins erste Match, die Scherzgekse gegen die Akatski Amphibians. Bereits in Runde 1 versucht Barry mit dem Verhöhner die Tarnsteine zu verhindern, jedoch trägt Dimitris T den Wahlschal und ist schneller. Wolverog kann in der darauf folgenden Runde allerdings ebenfalls die Tarnsteine legen, verliert jedoch dann seinen Sash an einen Abschlag. Das skarft Dimitris baut erneut Druck auf und nimmt Wolverog raus, jedoch kann Vesprit dank Schwebe nun vor Free auf den Ränkeschmied gehen, da Dimitris halt in Erdbeben gelockt ist. Pion Draghi kann jedoch die Salkabehre abschlagen und den Speedboost somit verhindern. Vesprit geht im Anschluss in Erwartung eines Wechsels auf den Spukball, der das Skorpion natürlich nicht killt und ein zweiter Abschlag beseitigt die Gefahr. Oh mein Gott, wie lecker sieht das aus gerade. Vulaosu kommt rein und setzt den Delegator auf, jedoch kann Milotic das ohne Bullgup easy handeln. Die Scherzgekse wollen sich nun also mit der Genesung gegenheilen, aber Barry hat auch hier den Verhöhner dabei und holt ihn im perfekten Moment raus. Milotic fällt somit an diesem Sub-Sit, Dimitris bricht den Delegator mit der Kehrtwende, Barry setzt aber sofort einen neuen auf und kann somit auch noch das gefährliche Zytomega aus dem Spiel nehmen. Vulaosu wird endlich besiegt und Pion Draghi wird gegen Primarene geopfert, welches dann auch noch das Porygon-Set mit einem Hit vom Feld fegt. Dimitris Erdbeben killt allerdings auch den Alola-Wasserstarter und es heißt 2 gegen 2 und Downy drückt auf den Rambos gegen Knackrack, ist jedoch recht schnell unzufrieden damit, als Raichu aufs Feld kommt. Jetzt gehen die Wiebfrösche jedoch auf den Abschlag, Raichu droppt und Bandeknackrack nimmt Kargoron mit 2 Wutanfällen raus, bekommt dann aber die Verwirrung. Das Duell der Boden-Pokémon geht dann an Ein super knappes 1 zu 0 für die Scherzkekse. Die direkten Konkurrenten die Voltwizards direkt im Anschluss gegen die Royal Bluff und erneut beginnt das Match mit Herzards, als Serapendra sofort mit den Stachlern um die Ecke kommt. Loki wechselt X-Bad ein, um auflockern zu drücken, wird allerdings hart vom Steinhagel gepunischt. Ach Mann, warum bin ich nicht einfach drin geblieben und hab Eisabflage gedrückt? Ich mach diesen schon wieder. Ich drück jetzt Sturzflug, Digga. Temposchub ermöglicht es Blacklink, Zauert speeden und die lila Fledermaus fällt, ohne die Stachler entfernen zu können. Godrom wird mit der Anti-Giftbeere eingewechselt und kann Serapendra endlich aus dem Spiel nehmen, allerdings hat dieses schon mehr gemacht, als jemals erwartet. Als Kapuriki das Mammut-Tüll mit dem Strauchler prediktet, kommt Kurelai ziemlich free ein und kann die Stachler jetzt doch noch auflockern. Dann kommen wir zum Vater-Sohn-Duell, als sich Mammutl und Kaifel gegenüberstellen und die Volt-Wizards müssen sich dank der Tarnsteine nun mit den nächsten Hazards rumschlagen. Mammutl frisst jedoch dann ordentlich schippt durch Toxine und Eissplitter, als Blocki auf den Eiszapfagel gegen Speckschicht Kaifel geht. Ich weiß schon wieder nicht, was ich mach, ich drück rein im Knöpfel. Keldeo wird gegen Kapuriki abgeworfen, dieses wechselt jedoch aufgrund der Angst vor einem Walschal raus und das einwechselnde Latias der Royal Bluff kassiert heftigen Schaden vom Vieländer. Das war ein wilder Predikt, habe ich tatsächlich eher weniger Wahrsinn, würde ich behaupten. Aber auch mit der Anti-Psycho-Behre kann Keldeo den Psychoschock nicht mehr überleben. Royal kann dank der Fähigkeit den Eissplitter blockieren und free reinkommen, jedoch wechseln beide Seiten in der nächsten Runde aus. Kurelai kann ein zweites Mal die Hazards entfernen, fällt daraufhin allerdings Fuego zum Opfer. Nachdem Fuego das Starter-Duell gegen Dortmund verliert, steht es 3 gegen 3, ein enger Kampf. Das ändert sich jedoch recht schnell, als Gortrom von Latias revenged wird, der Eissplitter erneut von Froyal verhindert wird und der Eissapfhagel misst. Aber wir missen. Nice. Mega cool. Hedron kann sich zwar noch einen Kill gönnen, verliert dann aber gegen Latias. 2 zu 0 für die Royal Bluff. Im Anschluss die Fennel-Gator gegen die Soulblaze und Present nur mit 4 Siegen in Folge auf der Jagd nach dem 5. und es geht ziemlich mies los. Togekiss ist schneller als Pelipper und flinches direkt erstmal. Auch Lucario frisst Chip durch den Luftschnitt, bekommt aber sofort in der nächsten Runde einen Crit und den Angriffsboost durch Sternenhieb. Der Nahkampf reicht dadurch fast aus, um Metagross vor seinem ersten Move rauszunehmen, doch das Erdbeben reicht dann natürlich für Lucario aus. Ravigato kann die Tarnsteine für die Soulblaze aufsetzen, verliert allerdings auch eine Menge KP an einen Crit-Patronenhieb. Walshal Togekiss kommt zurück aufs Feld und besiegt das Edgy Krokodil. Kapaloris bekommt direkt den nächsten Crit gegen Selebi, aber da das Ende des Regens Kapaloris sofort wieder in seinen Pokéball zwingt, kann Maxi sich wieder hochheilen. Im Anschluss besiegt er Pelipper und setzt Presence Regenteam somit auf einen Timer. Defendant geht er nun mit einer wunderschönen Mülltreffer-Prediction auf Kapaloris, dieser geht allerdings daneben. Geht keinen Mülltreffer ins Gesicht, das ist natürlich sad jetzt. Und an der Stelle muss ich einfach eine Stelle live zeigen, denn nach einigen Hacks im Spiel passiert auch noch das hier. Jetzt noch ein Freeze wäre sehr funny, er hat dann zwar innere Kraft, aber dann muss er rauswechseln. Es wäre einfach gerade nochmal so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Komm, mach nochmal ein Freeze. Ich kann nicht mehr, dieses Spiel, es funktioniert nicht. Presence callt hier einfach den Freeze und zwingt den alles andere als glücklichen Maxi sein Alolas Nobilica zu opfern. Was ist das? Trichefalo entfernt mit Auflockern Tarnsteine sowie Regen, geht dann aber auf die Erdkräfte gegen Kapaloris und stirbt am Eisstrahl. Entei revenged und misst das Läuterfeuer auf Azumarill. Dieses Game ist echt nicht normal. Nachdem Presence das halbe Match davon geredet hat, dass Drachentanz Katapuldra es am Ende gewinnen soll, wechseln die Fennent Gator ihr Togekissen in den Aqua-Durchstoß von Azumarill ein und verlieren es. Somit muss Katapuldra nur einmal kurz auf Phantomkraft gehen, um das Match mit 2 zu 0 zu beenden. Presence weiterhin auf seiner Hotstreak. Das letzte Match dieses Spieltags, die Victory Instinct gegen die Toon World, markiert das Ende von Belmond Gabriel in dieser Season, da er aufgrund von interner Differenzen aus der Liga ausgeschlossen wurde. Was das bedeutet, ist nicht wirklich klar, aber es scheint nicht allzu viel böses Blut zu geben, da er auch nach dieser Ankündigung noch im Discord unterwegs war und sich alle wenigstens halbwegs gut zu verstehen schien. Ich weiß, dass einige Gerüchte im Umlauf sind, mir wäre es jedoch lieber, wenn wir die aus den Kommentaren fernhalten und das Ganze einfach abschließen. Er wird vom größten möchtigen multilingualen Poketuber ersetzt, El Cisor. Deutsche Videos und Cherox auf Englisch mit einem spanischen Pronomen im Namen. Wilde Kombi. Belmond sieht aber auch erstmal nicht, was für ein Item er Griffeltes abschlägt, als er seine Kamera verschiebt. Also ich denke, das kann man hier nehmen. Ich sollte vielleicht meine Kamera jetzt nach links nehmen. So. Was habe ich jetzt genockt? Verhöhner Whirlpool Kapuki mit Trap das Lamos bekommt jedoch sofort den Spezialverteidigungs-Drop durch die Psychokinese, wodurch er das Matchup verliert, würde es nicht mit einer Mondgewalt kritten und damit doch gewinnen. Stahloboros Tarnsteine werden von Demeteros sofort wieder entfernt und Protzer Zeraora nimmt Griffeltes ganz knapp nicht raus. Stahlobor überlebt den Ableithieb mit der Rospelbeere, feuert ein Erdbeben ab, aber Zeraora trägt die Schukobeere und überlebt somit ebenfalls. Griffeltes wird gesackt und wir sehen direkt die nächste Antivere, als Vicarwold den Feuerfeger mithilfe der Coacobeere wegsteckt, wodurch Zeraora endlich besiegt werden kann. Renkeschmied Amphira macht auf einmal super viel Druck auf die eigentlich führenden Victory Instinct. Kapukime fällt an der Schlammburge, aber Bronzong überlebt den Flammenwurf dank Hitzeschutz und ein Erdbeben reicht natürlich aus, um Amphira zu besiegen. Die Tumult können zwar noch das Rotom rausnehmen, aber danach kann Demeteros Gabi sein letztes Match mit 3 zu 0 gewinnen. Und damit springen wir in die Tabelle, wo die Victory Instinct sich die alleinige Führung sichern können. Die einzigen mit 10 Siegen und die Voltwizards auf Rang 2 jetzt punktgleich mit den Scherzkeksen. Die Soulblaze weiterhin von Present gecarried auf Rang 4, 6 Punkte hinterm dritten Platz. Da ist auf jeden Fall jetzt noch was drin, wenn der Junge so weitermacht. Die Toon World auf Rang 5. Am Tabellenende haben wir erneut einen Wechsel. Die Royal Bluff und die Fennengator wechseln sich ja gerne ab mit dem letzten Platz. Derzeit Maxi und Pogalaxy ganz unten. Und damit haben wir die finalen Ergebnisse in der Singles Division für die erste Halbzeit. Herzlichen Glückwunsch an Downy Downstar, der einzige mit 6 Siegen in der ersten Halbzeit, gewinnt somit die Halbzeit oder Herbstmeisterschaft oder wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, Blocky nur noch auf Rang 4, Belmont und Present vor ihm. Present jetzt wirklich mit 5-2 unglaublich gut dabei. Ja, er hat zwar aus irgendeinem Grund noch eine Minus-1-Differenz, was ganz schön wild ist. Aber ganz oben mit dabei. Rang 3, super respektabel. 3 Punkte hinterm ersten. Der hat wirklich rausgehauen in den letzten Wochen. Die untere Tabellenhälfte unverändert mit Bilex, Black Link, Barry und Maxi. In der Killrangliste Nidoqueen ganz oben mit 15 Kills. Genau wie Demeteros T jetzt auch mit 15 Kills. Und Stahlemore hält sich weiter wacker in den Top 3 mit 14 Kills. Ich glaube, der war wirklich die ganze Season mit oben dabei. Und ja, in der Singles Division gönnt er sich einfach weiterhin den ersten Platz. 12 Kills vor Kurelei immer noch mit 10 Kills. Und Lieberloh mit ebenfalls 10 Kills. Der letzte Spieltag der Double Division steht natürlich auch bevor. Und da sehen wir Hydronic gegen Minetube. Hydronic muss gewinnen, wenn die Scherzkekse noch irgendeine Chance haben wollen, zur Halbzeit oben zu stehen. Dann haben wir die Volt Wizards gegen Royal Bluff. Selbe Sache. Nestflow muss gegen Ele gewinnen. Absolut keine Frage. Sonst war es das mit dem Sieg der Halbzeitmeisterschaft. Pog Galaxy gegen Razer. Razer will natürlich an Presence Erfolg anknüpfen, während Pog Galaxy Defendant Gator aus dem Tabellenkeller rausholen will. Und zu guter Letzt Victory Instincts Bene gegen Toonworlds OG DNZ. Und in diesem Match kann Bene mit einem Sieg die Tabellenführung zur Halbzeit für die Victory Instinct sichern. Von daher auch eher unter Zugzwang. Und dann ja, kommen wir zu dem, wovor ich mich gedrückt habe. Die letzte Umfrage war ja, wer in dieser Season bisher doch eine recht underwhelming Performance hat, von wem ihr mehr erwartet habt. Und ich bin nicht verwundert, dass Ele da die meisten Stimmen bekommen hat. Ich bin super verwirrt, warum der Junge am unteren Tabellenende hockt und auch einfach überhaupt keine Motivation zu scheinen hat. Ich weiß nicht, was im Moment mit dem los ist. Sein Intro geht immer los mit Motivation 9000, aber irgendwie fallen wir danach immer sehr, sehr schnell ab. Und ja, auch spielerisch jetzt nicht unbedingt gut dabei gewesen, diese Season. Hoffen wir einfach, dass er sich in der Rückrunde wieder fängt und wir den alten Ele wieder erleben können. Denn ihr wisst ja, früher war alles besser. Die heutige Abstimmung wird Teil einer dreiteiligen Abstimmung werden. Denn ich würde gerne wissen, welches der Logos dieses Season euch am besten gefällt. YouTube-Abstimmungen können allerdings leider nur 5 Antworten haben, deswegen müssen wir das so ein bisschen aufsplitten. Wir machen heute 4, wir machen nächstes Mal 4 und dann machen wir am Ende ein Finale zwischen den 4 Gewinnern. Ich habe das einfach ein bisschen durcheinander gewürfelt, um einfach zufällige Gruppen zu haben. Und heute sind die Logos der Soulblaze, der Akatsky Amphibians, der Victory Instinct und der Royal Bluff am Start. Stimmt gerne ab, welches der Logos ihr am besten findet. Und ja, ich bin sehr gespannt. Denn ich muss sagen, Logotechnisch ist dieses Season wirklich auch mit einer der Besten, finde ich. Es gibt so 2, 3 Logos, die mir nicht allzu gut gefallen. Aber es gibt erstmal kein Logo, was ich richtig scheiße finde. Wirklich überhaupt nicht. Und es gibt viele Logos, die ich sehr, sehr nice finde. Von daher bin ich sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Das war es aber für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein.